Ja hallo, erst mal wieder herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Thera, mit dabei ist wieder der Olaf. Hallo, Olaf. Hallo, hallo. Warte mal, ich kann auch salutieren von Olaf, hier. Hi. Ich kann nicht zurück salutieren, ich bin gelähmt rechtzeitig. Das kommt von dem Finger, der dauernd um den Abzug verkrampft ist. Achso, ja, leider. Das habe ich ja auch, wenn ich am Laufen bin, am Sprit. So, heute wollen wir uns mal wieder so eine Bestie vornehmen, bevor wir nach Trendstown reisen. Wir machen heute mal den Spaltzahn. Jo. So, neue Mission verfolgen. So, da hast du schon wieder, da hast du schon wieder, ich muss rein in die Dings. Ja. Muss es da. Alle. Was müssen wir auswählen? Den Spaltzahn. 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 Deswegen sage ich ja nächstes Mal, machst du die andere, äh, die Ding da und dann ist gut. Ah. Spaltzahn. Ja. Kriegsvorschlag. So. Gut. Ja. Jetzt schauen wir, ob es gibt's aus. Spaltzahn. Ich finde die Kreatur in der Neue der Waldseglabe. Hier steht ja auch, Olaf hat vorgeschlagen, die müssen auch so schön Jägerspaltzahn, ja. Ja. Ja, ja. Wir müssen hier irgendwie um die Eck. Ja, round the corner, round the corner, round the corner. Durch den schmalen Spalt. Gehen wir mal durch. Bestätigen. 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 Ja, bestätigen. Ja, bestätigen. Ja, bestätigen. Gut. Du musst nicht mehr trippeln. Ja. Geh nicht mehr in die Hose. Ja. Gut. Mal sehen, was uns jetzt erwartet. Hab auch nur noch eine Knarre am Start, ne. Also. Die hat nur 60 Schuss im Magazin. Ja. Du zappelst noch und stellst auf die jetzt, bis es jetzt ist. Oh, da kommen sie schon. Mit Brandkuchen diesmal. Kein Eis drauf. Ah. Gut. Na nicht, gut. Komm doch. Komm auch um die Ecke, dann siehst du, wie fährt er noch. Komm. Uh. Uuuuuuuuuhhhh. Yes. So. Aber Olaf hat den großen Frostkuhl drinnen. Nääää. Ich arbeite hier da und nicht. Ich arbeite hier da und nicht mit meinem Nahkampf hier. Achso, ich habe Brandkugeln drin. Da hinten kommt, ist der da die Spaltzahn? Da ist Spaltzahn. Oh, Spaltzahn. 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 Ja, ich weiß. Jetzt noch Gipspucker hier auch noch am Werk. So, der ist weg, Gott. Ja, Gipsy, Gipsy, so. Noch kleine Futschis hier. So, da noch ein Klettermann. So, da ist auch noch eine. Na toll. So, das war's mit Spaltzahn. Spaltzahn. Oh ja, Klamotten, so. Bisschen Aufsammlung. Funktion. Gibt's bestimmt noch eine Kiste irgendwo. Oder. Hier hinterm Wasserfall. Nein, nicht. Ich sag ja, hier hinterm Wasserfall habe ich gesagt. Erstmal Eisen. Boom. Und eine Kiste, siehst. Kiste, siehst du. Kiste. Ab in der Kiste, so. Ah Gott. Alle sind das hier gemütlich gemacht. Andere Seite hast du geguckt schon. Andere haben schon geguckt, da ist nichts. Ah Gott. Kann man da hoch in Kralle? Nee. Nee. Gut. So. Ah, warte mal. Ja, da können wir wieder raus. Jetzt können wir nach Drench Town. wieder alles abgeben. Wir haben ja gestern auch noch Kopfgelder gemacht. Ich glaube, Monster hatten wir auch gemacht, ne? Ja. 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 So. Da ist die Fahne. Da ist die Kiste. Mit Dings hier. Die brauchen wir. Unbedingt. Munition? Ja. Ja, ich mein, für die erste Runde heute, ne? Ja. Und da ist auf Stufe 9 Haums nach Wacker geschlagen. Wacker. Wacker, Wacker, Wacker. So. Jetzt müssen wir wieder zu Jenna. Dass sie uns nach Drench Town führt. Und fährt. Bin ich mal gespannt, gespannt, gespannt. Äh. Wo ist die denn? Wo ist die denn? Also als Belohnung kriegen. Hier hinten. Ich mein, reicher wenn alle hinten aufwäst. Äh. Du musst ja eh bestätigen dann. Wo? So. Bereit den Traktor vor. Wir wollen los nach Drench Town bitte. Tschuuu. Gut. Sie hat den Trecker angeworfen. Wir fahren gleich los. Gut. Na, los. Fahr. In 17... Äh. Na, 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 na. 80 und... Jäger ist los. Oh. Jetzt sind wir da. Nicht ganz. Naja, noch nicht ganz. Jetzt sind wir da. Jetzt sind wir da. Jetzt sind wir da. Äh. Jägerspaltzahn. Wir müssen wieder nach oben laufen, ne? Super. Achtung. Drückt nicht in die Kotze. Drückt nicht in die Kotze. Genau. So. Ja, genau. Ja, genau. Du kannst ja bei der Bar abgeben. Ich mach da irgendwie mit dem Kopfgeld. Ist ja egal. Achso. Ne? Kann ja jeder für sich abgeben. So. Den Dialog kennen. Können wir überspringen. So. Ziel neutralisiert. Holz. Holz, Kopf und Hornisse können wir abgeben. Genau. Was haben wir denn hier? Repetier, repetier. Gewehr. Einzelschuss. Ne. Ach, das sind also nur Krackwaffen. Was? Und in Form des Inquissidors. David Mobil, deinem Magazin wird sofort noch mit Wendoo angelegt. Das hört sich nicht schlecht an. Was schon ist gut? Erschadensverkettung. Knie mal, das werde ich nicht erzählen. Immer ein Vergnügen. Jo, wir haben noch was abzugeben. Die Hornisse. selbst so. Na? Gott. Ja, ja. Was kriegen wir da? Hm, hm, hm. Gut. Maschinenpistole als Maschinengewehr. Ja, das kriege ich nicht, da muss ich schon zu dir hin. Ja, ja, du musst das schon selber abgeben, ne? Keiner muss gucken, was ich kriege. Okay. Na, nehmen wir mal. Gut. Hm, immer ein Vergnügen. Auch das Perpetenumumobile. Gott. Wo bist denn du? Warte mal. Na, da wo der Kopfgeld abgeben muss. Ein Zimmer weiter, oder? Ein Zimmer weiter, ja. Von dir ausgesehen? Links. Da ist noch ein leerer Platz an meiner Wand. Guck auf dem Radar, wo da hier ein Haken ist. Guck hier um die Ecke. Hier, hier. Ah, da. Ja. Die Bar findet er sofort, ne? Da drinne hier? Ja, da drinne. Bei, ah, bei dem Uijiju. Ai, 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 ai. Ja, das hat der Olaf schon wieder vergessen. Wie ist mit was Neuem? Ne, hab ich nicht vergessen. Ich hab gewusst. Ich hab gewusst. Bei dem Uijiju. Boah, das war da. Der war immer mit dem Kopfgeld, so. Eine Trophäe, da haben wir ja bloß eine, ne? Ja. Spaltzahn. Da ist der Spaltzahn, ja. Oh, schöne Handschuhe. Äh. Ist besser, ne? Ja. Ja. Inwiegen eins zu realisieren. Holzkopf ist neutralisiert. So, jetzt haben wir da, was haben wir denn da. Ja, das war schlecht. Ja, okay. 36. Kreditscher Punkt. Sturmpeitsche. Hier die Wahrscheinlichkeit, das, an Kreditscher, äh, 15 Prozent. Das ist so. Weißt du, wie du mich findest. 15 Prozent. So. Ja, entspann dich und trinkt was. Die Belohnung holt sich dann eben jemand anderes. Ich geh schon mal wieder zurück. Du kommst da hinterher, ne? Ja, 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 ja. Gut. Wir haben da eigentlich, wir sind zu klein. Dann ist es los. Und jetzt haben wir die auch nicht so, ne? Oh! Was ist mit der auch nicht so, der Kreditscher? Cross-cooling? O, 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 O. Hat Schuhe jetzt noch ziehen, aber das war's okay. Genau. Nein. Gut. So, lass mal gucken, Waffen. Ja, ich bin. Oh ja, nix mehr. 36, 4, 4, 4, 41. Gut. Müssen wir denn mal schauen. Sahidi, komm. Du, 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 du. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Die war neu, ne? Na, ich guck mal, was ich da mir angetan habe. Okay. Ja, da war jetzt eh nix besseres irgendwie, komischerweise, ne? Ich guck mal. I. Guck mal. Und dann, du, 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 du. Ich guck mal. Ich guck mal. Ich guck mal, geh da die Splitter aus. Schau dir. 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 Schau dir.